Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir den Jahresrückblick ProfiWall Player Pick öffnen und schauen was drin ist. Hier drin enthalten sind entweder eine Basis-Icon oder irgendeine Kampagne von November. Also hört sich auf jeden Fall schon mal sehr sehr gut an. Lass auf jeden Fall zu Beginn des Videos jetzt schon mal ein Like unten, Abo da, würde mich extrem supporten. Ich schließe jetzt kurz die SPC hier ab und dann sehen wir uns beim Player Pick. So, ich habe die SPC jetzt mal abgeschlossen. Man muss nur ein 84er Team mit einem Impfform abgeben und ein 85er Team, ganz easy eigentlich. Dann kostet die SPC auch nur knapp 100k. Ist eigentlich wirklich voll okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein mal in den Player Pick hier. Man kann Karten wie 94er R9 ziehen, Ronaldinho 93, Pelé kann man ziehen. Man kann sogar Mbappé Player of the Month ziehen, den 92er. Also das ist wirklich geisteskrankt gut. Ich gehe jetzt auch direkt rein, nicht zu viel rumlabern. Ich hoffe, ich ziehe was Gutes. Let's go, komme ich gehe rein und wir ziehen. Oh, Raoul, okay. Eine Icon haben wir auf jeden Fall gezogen, aber jetzt nicht die allerbeste. Aber ich gehe trotzdem mit Raoul. Hat auf jeden Fall den guten Playstyle. Ich hoffe, du ziehst was Besseres draus. Ich würde es definitiv machen, die SPC. Für 100k ist das wirklich geschenkt. So ein kleines Weihnachtsgeschenk, finde ich sogar. Ich wünsche dir viel Peckluck, hau rein und ciao.